Musik Endlich geht es los. Wir haben jetzt ein Jahr lang darüber gesprochen und haben uns vorgestellt, wie das wird. Und jetzt geht es dann bald los. Das ist cool. Das Gefühl ist da, dass wir jetzt viel trainiert haben, viel investiert haben. Wir sind uns jetzt sehr freuen, dass es bald endlich losgeht. Das ist damals in 2019 zum Stand gekommen. Dort sind wir zusammen zum ersten Mal ins Zimmer gekommen. Seitdem hat sich das gehalten. Es ist ein sehr eingespieltes Team mit lustigen Insiders mittlerweile. Es ist eine gute Chemie in diesem Zimmer, wo gerne auch mal Gäste willkommen sind. Es ist ein sehr schönes Zimmer, muss ich sagen. Vor allem nach der letzten Woche, wo es etwas spärlicher war, war es auch sehr schön. Aber es ist wirklich sehr schön. Der Ausblick ist nicht überragend mit der Baustelle. Aber sonst sind wir wirklich super. Ein schönes Badzimmer, ein schön grosses Bett. Wir freuen uns sehr. Musik Das Wichtigste ist vielleicht fast das Handy, das man dann immer etwas rumtrücken kann in der Freizeit. Aber sonst, wir haben nicht so viele persönliche Gegenstände. Es hat immer ein sehr feines Shampoo dabei, das wir uns teilen. Aber mehr glaube ich es nicht. Musik 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 Musik